Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Lambrich und ich möchte Ihnen in diesem Videotraining zeigen, welche interessanten und vielfältigen Möglichkeiten Microsoft PowerPoint 2016 für den Mac zu bieten hat. Ich beschäftige mich seit mehr als 20 Jahren als freie Autorin mit dem Thema Office und seinen Programmmodulen Word, Excel und PowerPoint und das sowohl in der Mac als auch in der Windows-Welt. In diesem Videotraining möchte ich Ihnen die Programmvielfalt von PowerPoint 2016 für den Mac vorstellen. Sie benötigen keinerlei Vorkenntnisse, denn ich stelle die verschiedenen Funktionen detailliert und mit viel Praxisbezug vor. Sie lernen zunächst die Benutzeroberfläche und die wichtigsten Arbeitswerkzeuge kennen. Damit verfügen Sie über das Fundament, auf dem Sie aufbauen können. Danach zeige ich Ihnen, wie Sie sowohl die Botschaft der Präsentation als auch ein dazu passendes, ansprechendes Folienlayout entwickeln. Anschließend geht es darum, wie Sie Ihre Präsentation mithilfe von Tabellen, Diagrammen, Bildern, Audiodateien und Videos informativ gestalten. Und Sie lernen, wie Sie mithilfe von Folienübergängen und Folienanimationen dafür sorgen, dass in Ihrer Präsentation keine Langeweile aufkommt. Außerdem zeige ich Ihnen, wie Sie Präsentationen in der Cloud im Team erarbeiten und natürlich, wie Sie die letzten Schritte von der Präsentation hin zum eigentlichen Vortag meistern. Ich freue mich schon darauf, zusammen mit Ihnen die vielseitigen Möglichkeiten von PowerPoint zu entdecken und wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß mit diesem Videotraining.